hallo und herzlich willkommen zu einer neuen runde battle ja wir haben wieder beide lust daran gefunden an diesem ranz game ja und wir haben beide hat schon wieder ab also weil das spiel so scheiße ist und wir haben beide schönen urlaub hinter uns deswegen können wir das spiel auch ertragen und diese folge let's battle ist sozusagen unsere urlaubsrückmeldung ja von die elite ja wir spielen team das much of erosion 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 heißt es und ich würde einfach mal sagen jetzt noch mal kurz die aufnahme weil es sonst ewigkeiten dauert bis ich drin bin und wir sehen uns im spiel bis gleich so da sind wir jetzt drin ich sage ich gehe innerer kreis moritz geht sas auch ne ach man oder willst du innerer kreis ja ne ich bin jetzt schon sas so fangen wir mal ein bisschen locker an meine klassen du kleiner penner willst gleich nur wissen wo ich gespawnt bin moritz ist ein waschlappen habe ich die genannt ja das war so klar kleiner weg ach nehmen wir mal gleich das war so klar dass du darfst du das ford da hat es gleich mal irgendwie ein bisschen geleckt ist klar du bist aber nur schlecht so lange kein wenn wir dreimal gespielt naja ich habe die übermaus die zielt für mich alleine schon wo schon gar nichts machen ja komm wo bist du dass ich kenne da habe ich dich doch gesehen das wird heute noch was mit dem spezibonus alter wie knapp einen hätte ich noch treffen müssen was du überhaupt für eine wahl du hast auch die sky jetzt wollen wir mal ein bisschen ärgern jetzt wollen wir mal ein bisschen ärgern hier du willst mich ärgern scheiße man ich dachte du wärst dann noch in der ecke wollte ich gerade schon wieder mieser camper sein kämpferlein kämpferlein komm wo bist du ich höre dich doch du hörst mich ich habe aber toten stelle du penner ich weiß ich eigentlich nur wenn ich etwas werfe ich dachte du liegst auf den boden das wäre voll lustig dann hätte ich jetzt von hinten mal nifeln können probierbar auch wo bist du apropos der last wird bald 17 ja ja für die ganzen leute die eh nicht dran denken 2 august vormerken auch muss das jetzt sagen wenn ich schaffe kommt das video noch vorher raus naja das wäre cool oder zumindest am zweiten genau dann wird das hier der geburtstag alter wo bist du kleiner pisser habe ich dich gesehen ja da habe ich hier auch gerade irgendwie aber ich glaube gesehen ich war von der fläche jetzt nicht noch eine da hat er mich noch gerade so getroffen weil ich habe es mit der fläche sogar getroffen getroffen du hast meine claimer getroffen was er das könnte natürlich sein es ist voll schlimm wenn ich nichts höre das ist ich spiele eigentlich immer auf sound muss man auch laden das ist voll kacke wenn der andere auch Totenstille ich habe ja gar nicht Totenstille ist kein Totenstille aber ist einfach lauter als in die Schritte ja laber nicht Junge ich habe lieber ich ja äh apropos das Spiel ne wir wir machen die nächste Saison Fifa und freuen wir uns beide jetzt schon drauf bisschen Sound hier du Lappen hast du gerade irgendwas kaputt geschossen ich hab dich nicht gesehen die ganze Zeit nicht mehr gesehen ich habe da voll gegen so einen scheiß Stein geschossen der war dazwischen das gibt es doch gar nicht dass er schon wieder zwei Karts vorne ist willst du da nicht nochmal durchkommen schade guck wo bist du da hab ich mal voll daneben geschossen ich weiß nicht was da los war der erweiterte Magazin, welcher nur spielt mit erweiterten Magazinen Leute die nicht so gerne nachladen nachladen ist doch geil ich weiß gar nicht was du hast kommt eh gleich wieder von hinten an ja das weiß ich doch ich läuft ja schon zwei Minuten hinterher jetzt mal im Ernst wo bist du ich hasse das immer du kriegst voll Panik wenn du äh wenn du den anderen nicht siehst wenn du dann siehst da ist wieder alles cool da musst du nur richtig machen und nicht gleich verkacken scheiße wo bist du denn oh meine Maus schwitzt schon wieder deine Maus schwitzt das ist für das Maus das war ja was denn Lacka ist gibt er mir einen Headshot ey das war Reaktion von Feinsten aber hast du gesehen wie ich neben dir geht es an die du siehst ja mein Fadenkreuz nicht ne du siehst das gar nicht ich hab einfach mega neben dich gezielt und hab Scheiße ich hab die blöde Tasse zu früh gedrückt oh da hat er schon auf mich geballert aber dann weiß ich wo du bist Ach komm schon Geil ist, ich brauch gar nicht mal auf die Map gucken Ich weiß, dass ich dich da eh nicht sehen werde Sorry, ich bin so schütz Lass du dich auch noch da reinlaufen, ne? Das war natürlich dämlich Da bleibt man stehen und wartet, bis der andere kommt Das nennt man nicht Cap'n, sondern taktisches Warten dann, ne? Naja, genau Du hättest es wieder gesagt, hast du wieder die ganze Zeit da gehockt Als ob, ich laufe die ganze Zeit rum und kill dich Was hättest du dann gesagt? Ach ach, sicher Oh, ist das schlecht Alter, ich bin da an der Ecke hängen geblieben, hast du das gesehen? Ich hab mich hingelegt, ne? Ich wollte da runter und bleibe da an der Ecke mit dem Fuß, ne? Mein Fuß hat mich gehalten Dein Fuß hat dich gehalten Das ist so ein Spruch, den kann man sich dann irgendwo hinlageln Auf eine Wand oder so Ach guck mal, da gibt's nochmal Vorräte Äh, Vorräte Ich hör doch schon wieder irgendwen Ist da ein kleiner Lass? Nein, schade Das macht so Spaß mit dem Der war richtig schlecht geworfen Oh Scheiße, ich dachte er läuft weiter Als ob, ich hab dich vorher schon gesehen Ich weiß jetzt wo du bist, Junge Du weißt wo ich bin? Ja Bin ich aber lustig Du bist markiert bei mir Ich bin markiert? Ja, jedenfalls warst du das bis eben Ja, ist klar Hast du hier Äh Captain Obvious Fähigkeit Okay, du musst das mal langsam Ja, das ist langsam abgeklungen Ja, bei mir geht's halt Ach nee, das war bei Attentäter Wo das nicht so lang geht, oder? Nein, Totenstille geht das nicht so lang Ich hab dich extra schon geärgert Dass du das nimmst Ja, sonst hätte ich das nämlich auch genommen Wow Ach, da bist du Fick dich mit deiner Browsing-Betty, Alter Alter, die hab ich von Vor, vor einer Minute oder so Hab ich die gelegt Als wir da hinten waren What? Alter, was war das denn, bitte? Ach, MK14 Ja, okay Ist doch hier wieder klar Muss ich gleich auch mal die Waffe wechseln Ich hasse es Okay, ich wechsel Oh ja Oh ja Meine schicken Waffe, die ich jetzt hab Kann die überhaupt irgendwas? Ich weiß es grad gar nicht Oh ja Moritz Ich seh schon, dass du wieder gleich sterben wirst Ach, scheiß Ich hör dich doch Nein, ich wollte dich neilfen Ich wusste, dass du da warst Ah, scheiße Ah, hat er hier ACR für Arme genommen Ja, wollte ich grad sagen Äh, meine Waffe, die ACR für Arme Komm Ach, scheiße Schneike, Boss Ich hab dich auch dreimal durch die Wand angehängt Mach 14 Da geht er bestimmt dahin, weil da ne längere Distanz ist Wo ist ne längere Distanz? Aber so schlau ist er nicht Da ist er nämlich nicht Wo bin ich nicht? Ach, da bist du! Ich wollte grad sagen Wo ist denn die längere Distanz? Streifenhörnchen, du Und ich bist jetzt nicht hinter mir Ich wär ein bisschen kacke Was hast du denn jetzt wieder für ne komische Waffe genommen? Immer noch Mark 14? Ja Oh, das ist ja schön Guck mal, grad gleiche Voraussetzung Ja, super Aber ich kann wieder mehr umgehen Nein, du hast einfach nur den ersten Treffer gelandet Er ist aus So Machen wir das jetzt anders Ich hab auch keinen Bock mehr, mich hier von dir killen zu lassen Ich hab hier meine tolle Farmers für Arme Oh, die bringt doch eh nix, Junge Oh doch Wie bist denn du? Kleiner Sack, du Eben hab ich geguckt, Junge Ja, ich weiß Ich hab's nämlich noch gesehen Oh, mit Schalldämpfer Klar, so muss das Und die killt sogar noch One Burst Ja, deswegen Das ist ja das Geile Ich sag ja, Farmers für Arme Farmers hat ja auch mit Schalldämpfer One Burst gekillt Bei mir nie Die Farmers sieht auch einfach geiler aus Ja, du kannst auch mit der Farmers nicht umgehen Ich mag die Farmers auch nicht Ich geh mit der Farmers richtig ab hier 25 Äh, 25,1 24 Kills in Folge Und dann einen Tod Und dann mach ich noch einen Kill Und dann kommt Rage Grid So muss das Boah, der war eigentlich schon mega schlecht geschossen Boah, ich hab alles in die Äh, ins Fensterbrett Ja, das hab ich gemerkt Du musst mich ja nur zweimal treffen Wirklich jeder Schuss ins Fensterbrett unter dir Hat man manchmal zwischendurch einfach nur so Du denkst dir so Boah, wie hab ich denn da geschossen Ah, da hast du grad einmal abgedrückt Das hab ich gehört Du musst jetzt ein bisschen weiter am Stühn Du musst doch gar nicht rennen Scheiß, Asthmatiker 200 zieht den Krieg, ne? Ja, genau Ja, heutzutage kannst du sogar mit Epilepsi Äh, Epilepsi im Krieg ziehen Ist schon schweres soweit Das gibt's nicht, ne? Alter, du brauchst so scheißenlange Wenn du irgendwo runterfällst Äh, bis der schießen kann Hey, hey, hey What? Ich glitch erstmal gegen ne Wand gegen Oh, der Visu spricht aus Nein! Sorry, ich wollte dich eigentlich nicen Aber da hab ich mir gedacht Das ist ein bisschen arschig Oh, jeder Tür bleib ich hängen Du Nub, Alter Du musst dir die Kirche mal gucken Ist so geil Genial Ich bin dir seit der Äh, seit Äh, dieser komischen Brücke Die kaputt ist Bin ich dir hinterhergerannt Ah, zu genial Das gibt ne Ah, scheiße Der ist ja da schon wieder oben Fuck Scheiße Nein! Ja War so klar, dass du wieder Dropshotten willst Ja, was bringt's dir sonst? Ja, klar Geflasht sein ist immer scheiße Nein! Ja, komm Ja, meine Nähte hätte ich trotzdem gekillt Hm, hat jetzt spitze Äh, super FAD Fett Ich bin nicht auf Secondary wechseln Scheiße, du schießt so fucking schnell Loll Mal gucken, ob ich treffe Da hockst du Okay, da treffe ich vielleicht nochmal Ne, schade Scheiße Ich bin dir hinterhergerannt Du warst markiert bei mir Ich hab dich angehittet Ja, scheiße Du hast das hier drin Nicht mit mir, mein Freund Oh, scheiße Jetzt geh doch drauf Ich hab drei Stücke Wie frisst du denn? Ich hab drei Stücke in die Wand zu fällen Wenig Munition Wie wenig Muni hat die denn? Was, meine FAD oder was? Voll wenig Muni Nö, ich hab die einfach schon zweimal damit gekillt Und voll viel verballert What the fuck Ja, super Scheiß nix Ja, hab ich auch Chance Ich weiß Aber ich hab schon mal einen Schuss Gerade durch dich durchgeschossen Also der hat dich nicht getroffen Obwohl der mitten durch dich durchging Jetzt wärst du noch schneller tot gewesen Warte, wir spinnen echt bis 25 Kills Ja Da auch ein bisschen Das Campen ist nicht cool Ich kämpf ja gar nicht Du kämpfst ja gar nicht Ja, ist klar Nein, da hab ich zu spät abgedrückt, Mann Ich hab jetzt noch geguckt Nein, welche Richtung guckt der? Ja, ich hab genau auf deinen Kopf gezielt Ich werde fast mein Todesurteil beweisen Scheiße, wie schlicht läuft die Sorry, Krabi Lol, wo Hä, wie bist du denn da hingekommen? Bin oben rum lang gelaufen Bin grad über dich drüber gesprungen Und hab mich halt von hinten in den Rücken geschossen Okay, dann warst du ziemlich schnell Ja Und das hab ich bei mir gar nicht gesehen Einfach durchgesprintet Immer lauf ich auch den dümmsten Laufweg, den es gibt Scheiße, da hast du mich zu früh gesehen Mann Wollte ich eigentlich trollen Bis die Dämonie noch einsammeln Ich glaub ich komm mit der gar nicht klar Die sieht doch schon voll scheiße aus Sieht voll geil aus, Junge Sieht so abgespaced aus Musst du auch schießen können mit Das einzige was bei der scheiße ist Dass sie so ne fette Feuerrate hat Kannst du gleich ne MP nehmen Hat die MP7 Gleiche Feuerrate und mehr Durchschlagskraft Als die FAD Was ein Sturmgewehr ist, ey Bist du nur jetzt wieder im Camp Marsch Ja sicher Ich sprich Er kann jetzt plötzlich nicht mehr über dich drüber springen Nein, weil ich vor dir stand Der konnte nicht über mich drüber springen Weil ich jetzt weiter oben stand Hast du aber Glück gehabt Hab dir auch noch zwei reingedult Ja, deswegen ja Dann bin ich ja wieder markiert Oh, scheiße Das war so klar Ich wollte grad schon knife Scheiße, 21,14 Ah, da ist er Ich hab da die ganze Zeit hingeguckt Ja, da bin ich auch grad erst rausgekommen Mit dem Death Star jetzt lang gegangen Ich mache meinen eigenen Schritte paranoid Ja, das hab ich auch immer Bei Arma 2 ist das ganz schlimm Du hörst teilweise irgendwie einen Stöhnen Dann hörst du die Schritte Und du so Scheiße, wo ist denn hier ein Feind Du drehst dich um Und dann wandert deine eigenen Scheißschritte Scheiße, Mann Das ist doch immer dumm, ne Du lässt doch immer denselben Weg Ja, oftmals Weil ich den da unten eigentlich Bin ich noch nie gelaufen Scheiße, Mann Du bist genau hinter mir hochgekommen, ey Ja, klasse Da kann ich auch nix für Mit dem scheiß Spawnsystem Ich bin einfach unten in dieser Kuhle gespawnt Jetzt mal ohne Scheiß Wieso bist du immer hinter mir Ich hab dich gesehen Dann bin ich in einem Laufweg gelaufen Der kürzer war Scheiße 2 Kills noch Dann war's das für dich Ich hör schon die geile Musik Komm schon Dann lass ich zwei mal noch gehen Mache ich einen Doppelabschuss Genau Ja Meine Kugel fliegt einfach so lange weiter Und dann gibt sie dir noch meinen Headshot Around the world, ne Wie bei FIFA auch, ne Ja Geil, dass du grätschst an den Typen um Und wir kriegen einen Elfmeter Ja, super, klasse Einmal hast du den auch umgegrätscht Und einmal hat er dich umgegrätscht Und hat rote Karte gekriegt Super geil Wie Scheiße, hat er gesagt Wie schlecht Ich gucke durch Scope Sehe dich hinhüpfen Ich gehe auf den Scope Und denke, ach scheiße, war er ja Super, okay Nässe Hast du einen Lack Komm, Aporn bringt nix Schade Das geht doch Hast du einen Lack War perfektes Aim, Junge Ah, das Ding gewinne ich noch Wenn er Musik ist ja wieder weg Scheiße Jetzt ist er wieder da Oh ja Last nice, ne Sicher Ja, ich werfe dir eine Flasche an den Kopf Dann stirbst du Schade, er hat nicht getroffen Hast du ein verficktes Lack, du Wichser Ja, sicher Zielgerichtet wie ein Predator, Junge Kommt da wie so ein Guck dir das an, wie scheiße ich gelaufen bin Guck's dir an Zack, zack, zack Ah, da ist er Und da schießt er daneben Zack Du warst tot Ist doch scheiße Soll ich sagen, die erste Runde geht ja heute an mich Boah, heute bin ich auch richtig schlecht in dem Game Oh ja, ich muss mal eben ne Waffe austauschen Ich weiß, welche Waffe ich Ich muss generell erstmal umgehen mit den Waffen, ey Ich muss erstmal die G36 wegpacken, die ist so scheiße Das geht ja gar nicht Ja, Leute, hau da rein Bis zum nächsten Mal, wenn's wieder heißt Let's battle